Wie ist die Zeiten der Zerstörung des Ersten und des Zweiten Tempels? Man sagt auch, Nebukadnezar hat den Tempel zerstört. Aber wenn man sich das genauer anschaut, und wie gesagt, diese beiden Quellen schauen wir uns an, Flavius und Zephus und nachher auch die Bibel selber, 2. Chroniker 36, dann müssen wir sagen, den Tempel entweiht und zerstört haben die Juden. Und daraufhin hat Gott dieses Gericht geschickt. Flavius und Zephus sagt das von den Römern, dass die Stadt Jerusalem dermaßen zerstritten war. Da gab es drei verschiedene Parteien, die gegeneinander gekämpft haben um die Vorherrschaft. Da ging es nur um Machtsachen. Die haben gegenseitig die Vorräte in Jerusalem verbrannt, bis zum Schluss eine riesige Hungersnot ausgebrochen ist, so als ob sie sich selber am eigenen Ast sägen wollten. Also es war ein Irrsinn, der da gelaufen ist. Und Ähnliches berichtet auch 2. Chroniker 36. Denn die Frage ist ja die, warum hat Nebukadnezar Jerusalem nicht zerstört, als er 615 die Stadt erobert hat? Nebukadnezar hat den Tempel erst 19 Jahre später zerstört. Und den Grund dafür finden wir in 2. Chroniker 36, dass nämlich die Juden damals dermaßen gottlos waren und bösartig und den Tempel so schlimm entweiht haben und die Propheten dermaßen geärgert haben und gegen sie vorgegangen sind, dass kein Heilen mehr war. Und dann hat Gott den Nebukadnezar geschickt und der hat seinen Feldherrn dann den Tempel zerstören lassen. Aber vorher sind die Juden Eidbrüche geworden und das sind ganz heftige Sachen. Wir schauen uns das mal an, in 2. Chroniker 36. Und Ähnliches sagt auch Flavius Josephus von der Zeit des 2. Tempels, dass dort so schreckliche Zustände geherrscht haben, dass Gott zum Schluss tatsächlich den Titus als Werkzeug gebraucht hat und Jerusalem zerstört hat. Ich gehe davon aus, dass in der Endzeit eine dritte Zerstörung der Stadt Jerusalem und eigentlich des Tempels dann auch passiert. Das ist aber nochmal Inhalt von einem separaten Clip. Jetzt schauen wir uns erstmal Flavius Josephus an und danach 2. Chroniker 36. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. So war denn Titus, nachdem er auf die angegebene Weise die Wüste zwischen Ägypten und Syrien durchzogen hatte, in Caesarea angelangt, wo er vor allem sein Heer in Ordnung zu bringen gedachte. Übrigens hatte bereits zu der Zeit, da er in Alexandria seinem Vater die neue, von Gott ihnen verliehene Herrschaft befestigen half, der Aufruhr in Jerusalem frisches Leben bekommen und drei Parteien erzeugt, von welchen die eine der anderen feindlich gegenüberstand, was man eigentlich noch ein Glück im Unglück und ein Werk der Gerechtigkeit nennen darf. Die Willkürherrschaft, mit der die Zeloten das Volk drangsalierten und die den eigentlichen Anfang der Zerstörung Jerusalems bildete, ist ja ihrem Ursprung nach und in ihrem verderblichen Fortschreiten oben ausführlich geschildert worden. Nicht mit Unrecht kann man dieselbe als Aufruhr im Aufruhr bezeichnen, der wie ein tollwütiges Tier in Ermangelung der Nahrung von außen bereits gegen das eigene Fleisch zu wüten begann. Simons Sohn Eleazar nämlich, derselbe, der gleich anfangs die Zeloten veranlasst hatte, sich vom Volk zu trennen und den Tempel zu besetzen, stiftete scheinbar aus Entrüstung über die unaufhörlichen Gräueltaten des immer noch mordgierigen Johannes, in Wirklichkeit aber, weil er sich dem später aufgekommenen Tyrannen nicht unterordnen wollte, aus Begier nach der obersten Gewalt und bloßer Hersucht eine neue Partei, indem er aus den Reihen der Machthaber Judas, den Sohn des Schelkias und Simon, den Sohn des Etzron, an sich zog, denen noch ein anderer, nicht unbedeutender Mann, Ezekias, der Sohn des Koba, beitrat. Jeder von diesen hatte auch noch einen ziemlichen Anhang unter den Zeloten. Sie besetzten nun den inneren Tempelraum und pflanzten über den geweihten Toren im Angesicht des Allerheiligsten ihre Waffen auf. Mit Lebensmitteln reichlich versehen waren sie wohlgemut, denn die Opfergaben überhoben diese Menschen, die nichts für unerlaubt hielten, aller Not. Nur ihre geringe Anzahl machte ihnen Sorge. Sie verhielten sich daher, nachdem sie ihre Waffen dort niedergelegt hatten, zunächst ruhig. Was übrigens Johannes mit seiner zahlreicheren Mannschaft vor ihnen voraus hatte, büßte er durch die Ungunst seiner Stellung wieder ein. Denn da die Feinde sich über seinem Haupte befanden, musste jeder Angriff auf sie mit Verlusten verbunden sein. Seine zörnige Aufregung aber ließ ihn nicht ruhen und obwohl er mehr Schaden erlitt, als er dem Eleazar und dessen Anhängern zufügen konnte, nahmen die Feindseligkeiten kein Ende. Auf beiden Seiten gab es beständige Ausfälle und ohne Unterlass flogen die Geschosse hin und her, sodass der Tempel bald keine Stelle mehr aufwies, die nicht mit dem Blute der Gefallenen bedeckt gewesen wäre. Aber auch Simon, des Gioras Sohn, jener Tyrann, den das Volk in seiner Verzweiflung zur Hilfe gerufen und der außer der oberen Stadt auch einen großen Teil der unteren in seiner Gewalt hatte, setzte nun dem Johannes und dessen Leuten, weil sie schon von oben bedrängt wurden, noch nachdrücklicher zu. Freilich musste er ebenso von unten herauf gegen Johannes ankämpfen, wie dieser gegen die höher stehende dritte Partei und natürlich war Johannes um so viel gegen die letztere im Nachteil, als er vor Simon durch seine höhere Stellung voraus hatte. Seine eigenen Verluste hielten sich daher mit denen, die er seinen Gegnern beibrachte, so ziemlich im Gleichgewicht. Die Angriffe von unten schlug er bequem mit der blanken Waffe ab und gegen die Schüsse vom Tempel her wehrte er sich mit Maschinen. Denn es standen ihm eine Anzahl Katapulte und sonstige Wurfmaschinen zu Gebot, mit denen er freilich nicht nur seine Feinde sich vom Halse hielt, sondern auch viele Opfernde tötete. Obwohl nämlich die Anhänger Eleazars in ihrer Raserei sich jede Art von Gottlosigkeit erlaubten, ließen sie doch diejenigen, welche opfern wollten, in den Tempel ein, wobei sie die Einheimischen mit argwöhnischer Vorsicht die Fremden dagegen sorgloser durchsuchten. Hatten aber diese Leute beim Eintritt die Grausamkeit der Besatzung durch Bitten besänftigt, so wurden sie nichtsdestoweniger vom Aufruhr dahingerafft. Denn die Geschosse der Maschinen flogen infolge der großen Kraft, mit der sie geschleudert wurden, bis an den Altar und den Tempel und trafen Priester wie Opfernde. So sanken viele, die von den Enden der Erde zu dem hochberühmten, allen Menschen heiligen Ort gepilgert waren, noch vor ihren Opfertieren zu Boden und netzten den Altar, den sämtliche Griechen und Barbaren verehren, mit ihrem Blut. Leichen von Einheimischen und Fremden, von Priestern und Laien, lagen hier durcheinander aufgehäuft, und ihr Blut bildete in den heiligen Räumen einen förmlichen See. Hast du dergleichen, unseligste der Städte, von den Römern erfahren müssen? Nein, sie kamen nur, um die Gräuel deiner eigenen Kinder zu sühnen. Denn Gottes Stadt warst du nicht mehr und konntest es nicht bleiben, nachdem du das Grab deiner eigenen Bewohner geworden warst und den Tempel zum Beerdigungsplatz für die Opfer des Bürgerkrieges gemacht hattest. Vielleicht, dass du einmal wieder bessere Tage siehst, wenn du den Gott, der dich zerstörte, versöhnt hast. Doch das Gesetz der Geschichtsschreibung will die Äußerungen des Schmerzes zurückgedrängt wissen, denn nicht heißt es jetzt, ein Klagelied um die Heimat anstimmen, sondern den Gang der Ereignisse schildern. Ich fahre daher in der Geschichte des Aufstandes fort. So waren denn die inneren Feinde der Stadt in drei unter sich feindliche Lager gespalten. Eleazar mit seinem Anhang, in dessen Gewahrsam die heiligen Erstlingsfrüchte sich befanden, tobte gegen Johannes, dessen Bande raubte die Bürger aus und lag mit Simon im Streit, und auch ihm musste die Stadt für den Kampf wieder die Gegenaufrührer mit Proviant versehen. So oft nun Johannes von beiden Seiten angegriffen wurde, teilte er seine Leute, stellte sie in den entgegengesetzten Richtungen auf und beschoss die aus der Stadt Anstürmenden von den Hallen herab, während er sich gegen die Speerwürfe vom Tempel her mit seinen Maschinen verteidigte. Liesen ihn die Angreifer da oben einmal freier aufatmen, wenn, wie so oft, Trunkenheit und Ermattung dieselben in Untätigkeit versetzte, so machte er mit stärkeren Streitkräften desto kühnere Ausfälle gegen Simon und steckte, soweit er diesen in die Stadt hinunter trieb, stets die mit Getreide und allerhand sonstigem Vorrat gefüllten Häuser in Brand. Zog aber Johannes sich wieder zurück, so tat der ihm nachsetzende Simon das Gleiche, als ob sie geflissentlich den Römern zulieb alles, was die Stadt für die Zeit der Belagerung angesammelt hatte, vernichten und den Nerv ihrer eigenen Macht durchschneiden wollten. Die Folge davon war, dass alles in der Umgebung des Tempels eingeäschert wurde, so dass mitten in der Stadt ein öder, als förmliches Schlachtfeld tauglicher Raum zwischen den kämpfenden Parteien entstand und sämtliches Getreide, das auf Jahre hinaus für eine Belagerung gereicht haben würde, bis auf weniges in Flammen aufging. Natürlich mussten dann die Bewohner der Stadt schließlich dem Hunger erliegen, was schlechterdings unmöglich gewesen wäre, wenn sie nicht selbst dieses Schicksal sich bereitet hätten. Während auf diese Weise innere Feinde und zusammengelaufenes Gesindel die Stadt in allen ihren Teilen bedrängten, wurden die mitten dazwischen befindliche Bürgerschaft wie ein großer Leib zerfleischt. Greise und Weiber beteten aus Verzweiflung über das Elend Jerusalems für die Römer und warteten sehnsüchtig auf den Krieg von außen, um von den inneren Übeln erlöst zu werden. Furcht und Schrecken war über die eigentlichen Bewohner gekommen und dabei waren sie nicht nur aller Mittel und Wege zur Verbesserung ihrer Lage beraubt, sondern hatten auch nicht die geringste Aussicht mehr auf friedlichen Vergleich oder auf Flucht, so sehr sie nach letzterer verlangen mochten. Ja, das sind natürlich heftige Aussagen, die man bei Flavius Josephus findet. Aussagen, von denen man eigentlich sonst kaum was hört im Zusammenhang mit der Zerstörung des Zweiten Tempels. Nun kann man natürlich sagen, Flavius Josephus war zur Zeit der Abfassung in Rom. Josephus war hoher Priester, hat sich Flavius genannt nach dem Geschlecht der Flavia. Titus hat ihn ja mitgenommen nach Rom und deswegen war Flavius Josephus natürlich befangen in dem, was er schreibt. Das heißt, er hat das alles ein bisschen pro-römisch geschrieben und deswegen sind seine Worte nicht so ganz belastbar oder nicht so ganz ernst zu nehmen. Aus der christlichen Sicht, aus der neutestamentlichen Sicht muss man natürlich sagen, die Juden haben Jesus Christus verworfen und im Tempel selber hat Gott selbst den Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Dieser Tempel war entweiht eigentlich schon von Gott bei der Kreuzigung Jesu Christi. Da war der Tempel schon nicht mehr geweiht. Die Juden haben dann ihr Übriges getan durch ihre innerjüdischen Streitigkeiten, die sie in der Stadt Jerusalem ausgefochten haben und damit eigentlich sich selber ihr Grab geschaufelt haben. Ähnliches findet man aber in der Bibel selber auch. Also im Alten Testament, also nicht in dem neutestamentlich-christlichen Teil, sondern im Alten Testament schon in 2. Chroniker 36, da findet Gott sehr harte Worte für das, was bei der Zerstörung des ersten Tempels schon passiert ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und das Volk im Lande nahm Joachas, den Sohn Josias, und machte ihn zum König an seines Vaters statt zu Jerusalem. 23 Jahre alt war Joachas, da er König war, und regierte drei Monate zu Jerusalem. Denn der König in Ägypten setzte ihn ab zu Jerusalem und büßte das Land um 100 Zentner Silber und 1 Zentner Gold. Und der König in Ägypten machte El-Jakim seinen Bruder zum König über Judah und Jerusalem und wandelte seinen Namen in Joachim. Aber seinen Bruder Joachas nahm Necho und brachte ihn nach Ägypten. 25 Jahre alt war Joachim, da er König war und regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, übel gefiel. Und Nebukadnezar, der König zu Babel, zog wieder ihn herauf und band ihn mit Ketten, dass er ihn gen Babel führte. Auch brachte Nebukadnezar etliche Gefäße des Hauses des Herrn gen Babel und tat sie in seinen Tempel zu Babel. Was aber mehr von Joachim zu sagen ist und seine Gräuel, die er tat und die an ihm gefunden wurden, siehe, die sind geschrieben im Buch der Könige Israels und Judas. Und sein Sohn Joachim ward König an seiner Stadt. Acht Jahre alt bzw. 18 Jahre alt war Joachim, da er König ward und regierte drei Monate und zehn Tage zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, übel gefiel. Da aber das Jahr umkam, sandte hin Nebukadnezar und ließ ihn gen Babel holen mit den köstlichen Gefäßen im Hause des Herrn und machte Zedekiah, seinen Bruder, zum König über Judah und Jerusalem. 21 Jahre alt war Zedekiah, da er König ward und regierte elf Jahre zu Jerusalem. Und tat, was dem Herrn, seinem Gott, übel gefiel und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete aus dem Munde des Herrn. Dazu ward er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König zu Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte und ward halsstarrig und verstockte sein Herz, dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Auch alle Obersten unter den Priestern samt dem Volk machten des Sündigens viel nach allerlei Gräueln der Heiden und verunreinigten das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte, zu Jerusalem. Und der Herr, ihrer Väter Gott, sandte zu ihnen durch seine Boten früh und immer fort, denn er schonte seines Volkes und seiner Wohnung. Aber sie spotteten der Boten Gottes und verachteten seine Worte und äfften seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs, dass kein Heilen mehr da war. Denn er führte über sie den König der Chaldea und ließ erwürgen ihre junge Mannschaft mit dem Schwert im Hause ihres Heiligtums und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Großväter. Alle gab er sie in seine Hand. Und alle Gefäße im Hause Gottes, groß und klein, die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Fürsten, alles ließ er gen Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und brachen ab die Mauern zu Jerusalem. Und alle ihre Paläste brannten sie mit Feuer aus, dass alle ihre köstlichen Geräte verderbt wurden. Und er führte weg in Babel, wer vom Schwert übrig geblieben war, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königreich der Perser aufkam, dass erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land an seinen Sabbaten genug hätte. Denn die ganze Zeit über, da es Wüste lag, hatte es Sabbat, bis das siebzig Jahre voll wurden. Ja, das ist natürlich erstaunlich. Jetzt ergibt sich ein vollkommen anderes Bild, als das, was man so bei oberflächlicher Betrachtung eigentlich hatte. Allgemein wird immer gesagt, die Römer haben den Tempel zerstört und Nebukadnezar hat den Tempel zerstört. Aber wenn man sich diese Texte anschaut, dann muss man eigentlich sagen, zerstört und entweiht haben die Juden selber ihren Tempel. Und die Schuld dafür gibt die Bibel ganz deutlich den Juden bei der ersten Zerstörung, bei der Zerstörung des ersten Tempels. Und Flavius Josephus als Geschichtsschreiber ebenfalls bei der Zerstörung des zweiten Tempels. Das ist schon heftig. Ich glaube, das gehört dazu zur historisch-biblischen Aufrichtigkeit, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt. Und es geht uns ja auch darum, ein ordentliches, sauberes Bild zu haben, der Vorgänge, die in der Bibel beschrieben werden. Dazu sollte dieses Video dienen. Ich danke fürs Einschauen, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!